Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1437. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich denke, die meisten von euch kennen das Gefühl, wenn man bei Ebay etwas ersteigern möchte. Ja, man setzt sich am Wochenende mal an den Computer, guckt so ein bisschen bei Ebay, was einen interessieren würde und setzt dann Dinge auf die Beobachtungsliste, die man gerne haben möchte. Das mache ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, also nicht so häufig. Und da gab es also einen Artikel, den ich unbedingt ersteigern wollte und der endete heute um 18.01 Uhr. Also habe ich mir einen Terminalarm im Telefon gesetzt, damit ich das auf gar keinen Fall vergesse und habe mich dann vor das Internet gesetzt, ungefähr zehn Minuten, bevor diese Auktion zu Ende ging. Und ich weiß nicht, ob ihr das dann auch so macht. Man ruft sich dann die Artikelseite auf, wo man dann sein Gebot eingeben kann und drückt immer wieder auf Seite aktualisieren, um zu schauen, ob der Preis vielleicht nicht doch in den letzten Minuten noch steigt. Und fünf Minuten, bevor die Auktion endete, ich hatte gerade wieder auf Seite Neuladen geklickt, bumm, fällt mal wieder VDSL aus. Vielen herzlichen Dank an die Telekom an dieser Stelle, dass der Anschluss nun zum fünften Mal in neun Wochen ausfällt. Und wirklich vielen Dank, dass es fünf Minuten vor Ende der Auktion passiert ist, denn so hatte ich noch die Chance, schnell den Laptop aus der Tasche rauszuholen, mit dem iPhone zu verbinden, sodass ich über das iPhone ins Internet gekommen bin, circa zwei Minuten vor Auktionsende und dann tatsächlich auch großes Glück gehabt habe und diesen Artikel bekommen habe. Ihr kennt das Gefühl vielleicht selbst, wenn man so eine Versteigerung gewinnt. Das ist so ein bisschen wie in der Ebay-Werbung, die vor Jahren mal im Fernsehen lief, wo die Leute dann einfach in die Luft springen und sich tierisch freuen. Genauso ging es mir heute auch. Ich habe also einen kleinen Trost dafür bekommen, dass VDSL schon wieder ausgefallen ist, werde das jetzt aber nutzen, um bei der Deutschen Telekom fristlos zu kündigen, denn ich habe die Schnauze voll von dem Verein. Die kriegen es einfach nicht hin oder haben es in den letzten neun Wochen nicht hinbekommen, obwohl ich hier x-mal ein Techniker da war, ich mehrfach einen halben Tag Urlaub sogar genommen habe, um die Leute dann hier reinzulassen. Echt ätzend, kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr genervt seid, schaut mal, was es in eurer Gegend für Alternativen gibt, denn das habe ich jetzt auch gemacht und siehe da, für günstig Geld gibt es sogar noch einen viel, viel schnelleren Internetzugang. Ich sage jetzt noch nicht von welcher Firma, denn erstmal müssen die beweisen, dass sie es besser können als die Telekom. Dann werde ich das natürlich erwähnen. Weil wir gerade schon bei Technologien sind, es gibt eine Neuigkeit, die ich richtig, richtig gut finde. Ihr alle habt sicherlich schon mal mit EC-Karte oder Kreditkarte irgendwo bezahlt. Sei es im Geschäft oder an einer Tankstelle, immer das gleiche Prozedere. Entweder, nachdem man seine Karte übergeben hat, muss man dann seine PIN eingeben oder einen Zettel unterschreiben. Das alles ist dank einer neuen Technik Geschichte und ich bin gespannt, wie schnell das geht, dass das sich durch ganz Deutschland fortpflanzt. Ich habe nämlich letzten Sonntag oder Samstag, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, also ein Wochenende zuvor quasi, meine Schwägerin besucht und die, mit der war ich tanken und an der Tankstelle, das war eine Star-Tankstelle, gab es die neue drahtlose Bezahlmöglichkeit von Mastercard. Da steht also so ein kleines Terminal, dann leuchtet da der Betrag auf und dann muss man seine Mastercard nur noch in der Nähe dieses kleinen Terminals vorbeihalten, keine PIN eingeben, keine Unterschrift leisten, gar nichts Hochkomfortables bezahlen, einfach Karte dran vorbeihalten und bumm, es ist bezahlt. Dauert nicht mal den Bruchteil einer Sekunde. Also ein super Komfortgewinn, ihr kennt das ja, wie oft nerven Kunden an der Supermarktkasse vor einem, die irgendwie mit der EC-Karte bezahlen und dann in dem Moment den PIN nicht wissen und dann sind in einem Riesensupermarkt eh nur gerade zwei Kassen geöffnet, eine Riesenschlange und dann stehen die Leute da und geben dann ihre PIN da falsch ein zum Mäusemelken. Braucht man alles nicht mehr, also für alle Alzheimer-Patienten und auch Leute, die sich sonst ihre PIN nicht merken können, eine geile Sache, man braucht nur noch eine Karte mit diesem drahtlosen Chip drin und bumm, bezahlt ist. Rasend schnell. Könnten wir ja mal berichten, ob es bei euch in der Nähe schon auch diese Systeme gibt, weil die Star-Tankstelle ist tatsächlich die einzige, bei der ich das bisher gesehen habe, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht andere das System auch haben. Also meldet mir gerne, wenn bei euch in der Nähe schon die Zukunft des kontaktlosen Bezahlens Einzug gehalten hat und wo es ist. Ob es ein Supermarkt ist, eine Tankstelle, auch Leute, die in Hamburg wohnen, weil ich finde, Läden, die so weit vorn sind immer mit der Technik, die unterstütze ich dann gerne dadurch, dass ich zu denen einkaufen gehe, um die anderen vielleicht auch ein bisschen zu bewegen, auch ein bisschen schneller zu machen, um die brandheißen Technologien an den Start zu bringen. Ihr braucht mir nicht zu schreiben, wegen Datenschutz, RFID und so weiter und so weiter. Ich habe da meine eigene Meinung zu. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Weiß, dass Moin ganz eine andere Bedeutung hat an alle, die mir immer schreiben, dass man Moin in dem Zusammenhang nicht verwenden soll. Ich mache es deswegen, weil der Nachzug nach Hamburg das schon immer so hatte. Ich freue mich über sonstige Kommentare, Einschätzungen bei iTunes oder E-Mails an nachzug.e-mail. Und dann hören wir uns vielleicht sogar morgen wieder. Euer Raiko. Man habe mich jetzt schnell und viel gesappelt. Das war's für heute.